Es ist immer etwas Wichtiges, glaube ich. Auf jeden Tennis-Spieler sind die Kinder bzw. die Fans auch ganz wichtig. Ich will so viel weitergeben, wie es möglich ist und den Kindern irgendwie, wie es geht, auch Unterstützung zu geben, dass sie auch anfangen zu spielen. Man sieht ja nicht jeden Tag so einen Profi, wie er spielt und dann versucht man sich schon beim Training Mühe zu geben. Ich war am Anfang total aufgeregt und habe immer ein paar Bälle ins Netz geschossen. Aber mit der Zeit ging das dann, weil er ist eigentlich total nett und deshalb war das schon cool, mal mit ihm zu spielen. Es war sehr cool, ich habe letztes Jahr auch schon mitgemacht und es ist einfach mal toll, dass jemand so gut spielt und dass ich gegen ihn spielen kann. Das ist auf jeden Fall eine große Ehre auch. Ich als Österreicher war heute viel in Wien bei dem ETP-Turnier oder in Kitzbühel. Ich habe die Spieler sehr bewundert und habe irgendwie nachgeeifert. Mein großes Vorbild war Thomas Muster als Österreicher. Man hat jedes Match irgendwo verfolgt im Fernsehen und Thomas Muster war in Österreich wirklich ein Star, kann man so sagen. Ich möchte gerne mal Wimbledon gewinnen. Ich möchte mit dem ETP-Turnier oder in der ZD-Muth-Präsidenten gelingen. Ich möchte mit dem ETP-LIN-Füssig. Ich möchte mit dem ETP-TEN-Fügel. Ich möchte mit dem ETP-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN. Vielen Dank.